So meine Lieben, jetzt probiere ich das Ganze nochmal in der besten Hoffnung, dass wir hier einen guten Ton haben, ein gutes Bild haben, auf der Startseite sind und alle nochmal reinkommen von meinen Deko-Hasen, die jetzt noch über die Deko-Hasen-Gruppe geschaut haben. Einfach wieder auf die Startseite und Lara ist die erste, das wird mein Bodo, Lara ist die erste, die wieder reinkommt. Willkommen bei Stylion.tv. Es geht heute um die trendigen Herbstdekorationen und alles, was wir Neues haben, unser Stylsandy, unser Wochenangebot und die tollsten Herbsttrends. Es ist alles jetzt da, just in time, Ende August, wir können jetzt September, Oktober bis zum halben November hin schön noch die Herbstdekoration dekorieren, dann klatschen wir ab mit Weihnachten. Und so, bei mir ist alles top, vielen Dank, liebe Lara, hallo Carola, so Katja auch da, da sind wir wieder, sagt Andrea, Kuckuck, Manuela. Ja, jetzt passt es doch besser, jetzt sollte man auch den Hinweis bekommen haben, jetzt ist alles okay, sagt die Bärbel, sehr schön, Angela, wieder da, Sandra, Hallöchen. Ja, das war jetzt ja merkwürdig, hallo, liebe Ingrid. So, aber da können wir einfach die schönen Sachen nochmal mehr genießen. Ist doch auch nicht verkehrt, oder? Ja, klappt doch prima, danke Ulrich, sehr schön. Hallo Daniela, wunderbar, wieder da. Ja, dann gehen wir und sagt doch mal, ob ihr auch die Farbe wirklich als diesen Pörbel-Fuchserton erkennt. Bei euch auf dem Handy oder auf dem Tablet oder wo auch immer ihr gerade reinschaltet, seht ihr das auch, dass das wirklich ein Bäreton-Himbeer-Prombeer ist? Nicht, dass durch mein schönes, schönes Herbstbild hier hinten alle so ein bisschen in Rot-Orange eingetaucht ist, weil es tatsächlich ein Himbeer-Prombeer-Ton, richtig bärig, ein Pörbel, so ein Mix zwischen Fuchsia und Lila. Richtig, richtig geil, sieht super mega aus, also passt zu den ganzen Herbststreusen, alles was ihr in Bäre euch schon geschnappt habt, was ja schon ausverkauft ist. Aber das Gute ist, so spart man im Prinzip sukzessive natürlich, wir haben sehr früh angefangen mit der Herbstdekoration, ihr habt euch die schönsten Sachen schon geschnappt und alles was in Bäre, was ihr euch da gegönnt habt, passt hier perfekt. Darauf habe ich natürlich geachtet. So, die Farbe ist super, aber ich muss mir die Bestellung noch etwas warten. Irene, alles zu seiner Zeit, genau. So, Kerstin, könntest du bitte mal einen Pilz im Dunkel dazustellen, habe ich mir auf jeden Fall auch mitgenommen, weil es nämlich sehr, sehr gut passt zusammen. So, das passt auf jeden Fall. Ich habe ja meine Pilzchen hier unten und natürlich, ich nehme mal den, wie immer den großen. So, hier sieht man natürlich durch den Glanz, das ist auch sehr gut, das ist vom Goldton tatsächlich auch exakt gleich. Ja, das ist dieser goldene, matte Ton, ist auch dasselbe Lieferant. Also, da könnte man das sehr, sehr schön zusammen kombinieren. Also, wenn es, sollte bei euch im Bildschirm farblich irgendwie Abweichungen geben, im Original passen die hundertprozentig zusammen. Ja, da könnt ihr euch auf mich verlassen. Das ist ein schöner Samtton, ja, ein schöner, also das ist ein Samtmaterial, Samt und dann hier dieses schöne Glänzende mit den Pailletten. Aber genau eben in dem Ton. Das ist praktisch der dunklere, noch dunklere Ton von diesem Pilz. Passt exakt. Perfekt, danke bitteschön, Kerstin. Also, hier, der Großwasser auch gut, warte mal. Ja, so, bisschen schräg. Hier zum Beispiel. So. Dann könnte man, wenn man einen großen Teller hat, natürlich noch mal die Eule mit schön dazu stellen. Ich habe jetzt hier, warte mal, wie sieht denn der große Apfel aus? Man sagt, statt dem Kürbis, Schau mal, den Apfel, den großen und den großen Pilz, den Kürbis hier als Birnenkürbis, würde ich den dazu wählen. Und dann könnte ich aber hier vorne, kann ich mir gut vorstellen, dass der kleine Kürbis auch noch mal so ein bisschen hier mit rein kommt. Ja, das mag ich. Und schon haben wir wieder was zusammen dekoriert, Kerstin. Passt super zusammen, sagt Andrea. Noch ein Glück. Ach, guck mal, Manuela, noch ein kleiner Kürbis dazu. Wieder die gleichen Gedanken, ne? So ist es doch schön. So gefällt es mir schon super. Genial, sagt die Kerstin. Ich denke nämlich auch. Ich zeige euch gerne noch den Bärenzweig, weil der passt natürlich sehr gut zusammen. Aber auch, wenn ihr schon die anderen Bären mit den Dahlien habt zum Beispiel, die passen auch sehr, sehr gut dazu. Wirklich perfekt. Kann man für den Original noch on top packen. Der Dahlienzweig im Berger noch on top da rein. Dann hat man noch mal ein schönes, was schönes Blumiges, würde ich hier so ein bisschen hier an den Kürbis anlehnen. Juhu, das gefällt mir gut. Ich zeige euch mal den Zweig jetzt. Schon eingebogen. Natürlich lang, also auch gerne für eine Vase. Das Schöne ist aber, der Stil aus Draht ist so schön dünn, dass man das gut biegen kann. Und dann hat man hier tatsächlich auch viele Sachen noch mal in herbstlicher Ausführung. Bären, Zweige, Blüten, Blätter, Eicheln. Ganz süß hier oben ist auch noch mal nur zwei. So, den Dahlienzweig und die Sonnenblume habe ich zum Glück schon ganz genau, Kerstin. Das passt auch dann super. Das ist jetzt der lange neue Herbstzweig. Ach, so kann man das doch ganz gut sehen. Genau. Wäre für eine Vase auch gut geeignet. Kann man auch schön mit dazwischen nicht stecken, um den ganzen herbstlichen Touch noch mal zu haben. Kannst du so ein bisschen links und rechts noch raus biegen. Genau. Damit das dann auch noch üppiger wirkt. Hat auch so ein bisschen oben hier den Bäre-Ton mit drin. Auch hinten nochmal findet sich das wieder. Ja, und den kannst du dann hier wirklich schön nochmal biegen und formen. Ja. So, also den auf jeden Fall gerne, gerne sichern. Denn das mit einem Zweig schon so üppig aussehen zu lassen, das ist natürlich genial. So, wie ist euer Bild? Bei mir ist es ganz verschwommen. Ja, manchmal zeigt es immer an. Langsame Internetverbindungen. Ab und zu mal, ne? Richtig schlechtes Bild. Meine Güte. Und ich habe hier vollen Empfang, ne? Ich bin extra am WLAN. Vollen Empfang. Volle Kanne. So ist das, wenn du auf dem Dorf bist. Entschuldigung. Der eine oder andere kann das wahrscheinlich nachvollziehen. Manchmal gibt es aber auf Dörfer besseren Internetempfang als in meinser Stadt. Deswegen mache ich lieber noch gleich ein paar Fotos für euch. Also daran kann man hier auf jeden Fall noch arbeiten. In der Provinz. Ja, verstehe. Gleich mal dem Bruder Bescheid sagen, dass hier schlechte Internetverbindungen ist. Aber kann man jetzt so schnell auch tatsächlich nichts ändern, ne? Beim ersten Video war es besser. Das ist aber komisch. Vielleicht, weil die Reichweite jetzt größer ist. Ja, stimmt. Ich glaube, es ist einfach eine Frage des Timings gerade und der Uhrzeit. Ich mache ein paar Fotos, Irina, auf jeden Fall. Die mache ich. Ich zeige euch gerne nochmal breite Eulen. Die unterscheiden sich eben links und rechts guckend. Ja, die passen mit dem goldenen Kürbis super zusammen. Die passen mit den Kürbissen in dieser Samtoptik ganz toll zusammen, weil die eben auch dieses Gold oben nochmal am Stiel haben. Und so seid ihr super trendy in der Herzdekoration. Ich zeige euch gerne auch die Pilze und die Äpfel in dem Bäreton mit diesem schönen Paillettenglitzer mit dazu. So, warte mal bitte mal. Bitte mal den goldenen Kürbis und die Eule zusammen. Ja, das habe ich hier vorne auf dem Teller. Genau. Das haben wir vorhin gezeigt. Da war man aber im anderen Chatraum. Das zeige ich euch sehr, sehr gerne auch nochmal. Wenn ich den noch irgendwie immer dazwischen quetschen. Es gibt ja auch noch den großen goldenen Teller. Der wäre auch ideal. Und ein bisschen nach innen. Hier auch nochmal gerne, wer das nicht gesehen hat, das tolle Windlicht. Der passt perfekt. Meine Stalio Home Kerze rein. Von der Größe her. Der passt aber auch sehr, sehr gut. Noch so ein schönes XXL Duftteelicht. Gerade Mandarinen, Ginger zum Beispiel, Apple Spice. Das ist für die Herbstdekoration eine ganz schöne Sache. Also die passt, das passt hier auch perfekt rein. Wer gerne Duft haben möchte, wer LED haben möchte, ist die perfekte Kerze. Die Stalio Home Kerze, weil die richtig schön hell leuchtet. Das auch nochmal in kleinen Stückzahlen. Gerade auch da, weil es letztes Jahr sowas ähnliches gab und super schnell ausverkauft war. Und das war wirklich besonders schön für die Herbstdekoration. Jetzt einmal das. So. Und dann. Ich muss jetzt, dass es jetzt so wackelig ist. So. Da teig ich Dir gerne. Den Kürbis mal ohne den Bärenkranz. Dann hatte ich mir hier aber noch den kleinen mit dazu gelegt. So. Da sieht man also hier, geht ein bisschen der Wind durch. Dann haben die Fenster auch auf zum Lüften. Ganz dankbar für ein bisschen frische Luft. So. Kann man das hier nochmal schön anlegen. Also vom Ton her passt das perfekt. Ja. Also der goldene Kürbis und die Eule haben denselben Goldton. Das sieht richtig, richtig gut aus. Also ich sehe das jetzt von mir auch. Ich mache es mal von hinten, wenn man das Licht von der Seite. Ja. Das sieht man jetzt schon, dass der Kürbis doch ein bisschen goldner ist. Und die Eule Champagner wirkt. Ist aber tatsächlich ein richtiges, richtiges Gold bei der Eule. Der Kürbis ist nur so krass Gold. Weil da habe ich ja gesagt, der sieht aus, als hätte es wieder Blattgold drauf. Ich zeige euch auch gerne nochmal das mit dem Champagnerfarbenen Blatt. Ja. Dann sieht man auch bei der Eule, dass die da mehr Gold ist als das Blatt in Champagner. Das ist ja auch sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Hier haben wir schon vorhin festgehalten. Muss ich ja nochmal zeigen. Weil das haben wir ja auch in der Deko-Hasen-Gruppe gesehen und noch nicht auf meiner Startseite. Dieses schöne Herbstblatt, was ideal ist, um auch ein paar gesammelte Eicheln und Kastanien draufzulegen. Ein paar Lindorkugeln natürlich schön draufzulegen. Das ist toll. Auch mit dem Windlicht. Dann würde ich aber unten drunter noch ein paar Dekosteine packen, damit es steht zwar drauf, aber damit es auch richtig stabil drauf ist, weil unten noch ein bisschen Luft wäre. Sieht aber auch sehr, sehr schön aus zusammen, finde ich. Ansonsten kann man auch sagen, man macht jetzt nur eine Stagio Homekerze. Und man macht vielleicht auch hier das schöne Tischgesteck in Gold. So, ein bisschen gerade, genau. Das finde ich auch ganz, ganz süß. Zu dem Blatt, eine Kerze und noch die Tischdeko mit der Rose dazu. Da würde ich natürlich aber auch die LED-Kerze in Gold nehmen. Das ist, das ist klar, kann man sich noch ein bisschen einbiegen. Das ist auf jeden Fall auch eine schöne, schöne Deko-Idee zusammen. Auch mit dem Kürbis finde ich das gut. Guck mal, wie süß mit dem Blatt und selbst mit der Rose noch dazu, zu dem Kürbis, finde ich auch niedlich. Ich finde es auch niedlich. Sehr edel, sagt Andrea. Sieht auch super aus, Brigitte. Gefällt mir sehr mit dem Gesteck, Cornelia, denke ich mir. So, Hochecke und Kastanie, liebe Ingrid, genau. Könnte ich mir auf dem Blatt sehr gut vorstellen. Das sehe ich doch aber auch so. Hallo, Angelika. Ja, also das finde ich auch eine ganz, ganz süße, ganz süße Idee. Ich denke, da gibt es sicherlich noch viel mehr Ideen von euch. Da freue ich mich aber auch schon auf die Deko-Fotos. Hier hatte ich mir jetzt gedacht, noch den tollen Kranz, den zeige ich euch auch nochmal ganz genau. In auch Beere, ja, auch Himbeer, Brombeer, so ein Pöbel-Fuchsia-Ton, schon eher eben lila-pink, ja. Und dann mit diesem goldenen Schimmer drauf. Finde ich super, super edel. Ganz toll. Also gleich von der Rückseite, dass er auch schön auf dem Tisch gerade steht oder so auf der Wand oder auf dem Teller. Und dann hatte ich den hier nämlich auch auf dem Teller und den Körbis so ein bisschen auch angeschrägt. Dann kann der Kleine hier nämlich auch schon den U-Biö, den kann man mal gerade stellen. Und den kleinen Körbis da unten ein bisschen schräger. Ja, so war der Teller gemacht. Mit einer schönen Deko und so. Dankeschön. Das finde ich auch. Dann passt nämlich der Kranz extrem gut auch zu den Kürbissen. Die Kürbisse haben einen goldenen Stil. Dann passt auch wieder der große goldene Kürbis und auch die Eule in Gold dazu. Das ist, wer gerne ein bisschen mehr Beere haben darf. Sehr, sehr schön zusammen. Hallo Monika, Alexandra, grüß euch, wenn ihr auch dabei seid. In den neuen Trend Farben Beere für die Herbstsaison. Das ist jetzt auch alles da, alles im Shop, was ihr zum Herbst bei mir finden dürft. Die schönsten Sachen, die schönsten Trendsachen und alles gut miteinander kombinierbar. Gefällt dir sehr gut, Irene? Sehr schön. Ja, ich finde es auch süß. Ich finde es auch süß in der Kombination. Hier nochmal gerne auf alle Größen von dem Muskaten aus dem Körbis. Puh, da muss man aber auch ordentlich formulieren. So, genau. Kann man auch so schön zu dritt hinstellen. Oder vielleicht auch nochmal hier so ein bisschen anlehnen. Material, wie gesagt, ist Samt. Ganz kuschelig. Rot und Gold, eine tolle Kombi. Tatsächlich, Karin, habe ich nämlich extra gefragt, weil es ist eben doch kein Rot, sondern es ist wirklich ein Beere-Ton. Beere im Sinne von Himbeer, Brombeer, so ein bisschen Körbel, Lila, Pink kombiniert. Ja, also es ist schon... Klar passt es mit Rot auch sehr gut. Man könnte auch, je nachdem wie das Licht gerade... Das muss ich aber auch verstehen. Also je nachdem wie das Licht gerade draufkommt, sieht es ein bisschen auch Bordeaux aus. Wie so ein Rotwein. Ja. Also schon auch... Ja, es ist tatsächlich wie... Also sicher könnte euch sein, dass alles gut zusammenpasst, weil so habe ich es auch kombiniert. Und dann auch von den Größen, wie gesagt, das ist auch so schön. Irgendwo könnte ich die ganze Zeit so stehen bleiben. Aber ich finde, das gefällt mir total gut. Schön, die Samtkürbisse. Also das wäre auch auf dem Platz sehr schön, finde ich. Also da hatte ich ja auch hier einmal das Platz genommen und hatte den Kürbis hier so leicht angeschrägt. Das ist jetzt eine ganz große. Ich setze mich mal wieder da, wenn ich auch ein bisschen kleiner bin. So, da seht ihr mich auch besser. Ganz genau. Muskatnusskürbis. Oder hier auch der mittlere Birnenkürbis. Da könnte man nämlich noch ein bisschen schön dazu dekorieren. Dass ihr so ein bisschen Größenverhältnis auch seht und euch da auch sicher und bestmöglichst entscheiden könnt, wie es in eurer Herbstdekoration aussehen soll. Weinrot, genau. Richtig. Weinrot oder Kaminrot. Fast auch, das stimmt. Also völlig recht, Cornelia. Ja, genau. Genau, Weinrot, Kaminrot. Kamin. Ich habe immer gesagt Kamin, wie der Kamin. Aber das ist völlig Quatsch. Das heißt nämlich Kaminrot. Naja, das stimmt. Also den auf alle Fälle gerne mit dazu. Und das schöne Windlicht, das passt natürlich hier hinten gerade auch sehr schön in die Atmosphäre. Hier schön der Kaffee und der Tisch. Schönes Lagerfeuer. Das Herbstlauf schon genau in den Farben. Und wenn das Windlicht dann auch nochmal richtig schön leuchten kann, weil tagsüber sieht es halt wirklich schon sehr schön aus, durch diesen Metallic-Look ringsherum und in tollen Farben. Gelb, Orange, Rot, Kupfer, Karamell. Und wenn dann die Kerze an ist, seht ihr die ganzen Blätter, die unten praktisch hinten in dem Mackenzustand sind, die leuchten dann richtig raus. Also auch nochmal ein doppelter Effekt. Cooler Show-Effekt auf jeden Fall. Und dann hatten wir den tollen Zweigjagd gesehen, der ganz neu ist, der auch sehr, sehr gut zu der traditionellen, wie auch modernen Herbstdekoration passt. Das könnt ihr also sehr, sehr schön kombinieren. Das ist mir auch wichtig, weil beide Töne drin sind. Also die Eugen mal ein bisschen weg tun. So, dann kann ich hier alles ein bisschen nach hinten schieben. Nochmal den kleinen Kürbis dazu, genau, weil uns das so gut auch gefiel zusammen. Ein bisschen reinlegen. Genau, das jongliere ich doch nochmal Richtung Kamera. So, das finde ich auch toll. Seht ihr schon, Cornelia? Da seht ihr auch nochmal die tollen neuen Pilze und Äpfel. Die gibt es auch in dem Mint-Ton, im Mint aber auch schon fast ausverkauft. Ich habe mich natürlich auch konkret auf die Beerefarben konzentriert. Da habe ich auch zugegebenermaßen etwas mehr eingekauft, weil das natürlich zu vielen, vielen Sachen, die wir schon haben, gut passt. Und da habe ich dann den großen Pilz und den großen Apfel mit dem Glitzerpaillette. Ich zeige das gerne für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. Gerne auch nochmal ausführlicher. Denn der Apfel, in diesem tollen, wahnsinnig tollen Bäreton, mit den Rainbow Glitzerpailletten, sieht echt mega aus. Wenn da Kerzenlicht draufkommt, ein anderes Licht, das funkelt und glitzert. Echt eine super Schau. Sieht richtig, richtig gut aus. Und schön strukturiert. Erstmal der Apfel in sich schon, so schön gewölbt. Dann nochmal eine coole Außenstruktur. Eine schöne Farbe, wo auch Glitzer schon mal drauf ist. Also auch der Bäreton ist schon mal ein Glitzerbäreton. Und dann so Rainbowpailletten als Glitzerpailletten obendrauf. Richtig, richtig gut. Einträumchen, Gerstine. Ja, Cornelia. Das wird meins, Ulrich. Das? Bin ich zu spät dran? Guck, da bin ich aber das schon. Da freuen wir uns ja schon auf die Dekofotos. Auf jeden Fall. Hier dann schön genau nochmal mit den Bären rein. Den goldenen Teller. Warte, den Pilz. Zeige ich euch auch nochmal. Der hat ja so einen schönen goldenen Stiel. Passt zu den Eulen auch perfekt. Also das hatte ich auch gerade mal hingestellt. Gerade der große Pilz zu der großen Eule. Kannst du sehr, sehr schön, sehr, sehr schön so ein bisschen versetzt gut dekorieren. Und dann würde ich natürlich nochmal den Aulineren entweder einen kleineren Apfel noch dazu. Oder gibt ihr dann noch den mittleren Pilz. Aber ich finde den kleinen dann ganz gut dazu. Das stelle ich euch doch nochmal hin. Das wollen wir doch jetzt nochmal am Ganzen sehen, oder? Wenn wir nochmal dekorieren. Die zwei Minuten nehmen wir uns noch. Die rosa Pilze auch da. Die hellrosa habe ich nicht mitgenommen, liebe Daniela. Tatsächlich, weil die dunkleren fand ich jetzt passend zu den, oder etwas passender zu den beerefarbenen Kürbissen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Die hellen gehen aber auch. Ja, auf jeden Fall. Eine, eine Farbbranche. Aber noch besser passen halt die dunklen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ja. Aber nimm gerne die hellen. Es wird sehr, sehr gut aussehen. Und ich freue mich da auf deine Deko-Fotos auch. Hier gerne nochmal. Das ist so gezeigt. Und dann gehen wir doch mal her und dekorieren nochmal neu zusammen. Dann haben wir die Eule und den Pilz. Groß und nochmal so ein bisschen klein. Och, guck mal. Findet ihr auch noch so ein Plätzchen hier, ne? Kennen wir doch nix. Immer drauf damit. Dann würde ich hier sogar noch ein bisschen, weil der Teller so eine leichte Innenwölbung hat, ein bisschen mit Dekosteinen wieder begradigen, damit der Kürbis doch gerade steht. und dann gefällt mir sogar noch besser. Gefällt mir sogar noch besser, weil ich die Eule so geil finde. Kann mich nicht entscheiden, Daniela. Ganz genau. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Aber das ist ja das Schöne, dass man immer nochmal wieder neu dekoriert und umdekoriert und immer wieder sagt, boah, das ist jetzt noch schöner. Boah, das ist jetzt noch schöner. Weißt du, dann kannst du dich einfach immer wieder neu an deiner Dekoration erfreuen. Und das ist doch das größte Glück. Dekorieren soll glücklich machen. Und das tut es ja auch, jedenfalls bei uns. Und da muss ich sagen, das finde ich, das finde ich doch ganz klasse. Das gefällt mir mit dem neuen Bäre-Zweig kombiniert. Klar kann man hier den Apfel auch noch mit rein tun. Klasse, meine Dekorasen. Das finde ich doch großartig. Das haben wir doch schön, da haben wir doch schön dekoriert. Ich habe auch hier überall ganz viele Körbisse. Und man sieht, dass auch in der traditionellen Dekoration, in diesen ganzen orange-braunen warmen Tönen so ein Farbtupfer wie Beere sehr, sehr gut harmoniert. Also das kannst du wirklich, Gold sowieso, das ist natürlich der Glanzpunkt, gerade weil es eben die Tage kürzer werden, es ist schneller dunkel, es wird später hell. Ja, da brauchst du ein paar Glanzeffekte in der guten Stufe. Es ist auch schwer heute zu entscheiden bei den vielen schönen Sachen. Guck gerne ganz in Ruhe. auf www.style-home.tv unter Neuheiten oder in die Herbstdekoration, genau in die Herbstkategorie. Welche Eule steht auf dem Teller links oder rechts? Liebe Kerstin, man guckt immer von vorne ist dieser Spiegelverkehr. ich denke, ich denke, links guckt oder rechts guckt. Die guckt links und die guckt dann rechts. Dadurch, dass ihr Spiegelverkehrt seid, ist das natürlich immer ein Thema. Letztendlich musst du dann einfach rumdrehen. Also die hier, die ich habe, die mich anguckt, ist links guckend. Links guckend. Für euch rechts sehend. Das muss man erstmal auch, ja Kerstin, das war echt ein guter Hinweis nochmal, dass man das auch checkt. Weil ihr seht ja jetzt alles Spiegelverkehrt auf Facebook. Und du kannst auch die Kamera nicht umdrehen. Also das habe ich ja schon alles probiert. Das geht bei normalen Videos, aber es geht nicht bei Facebook. deswegen denkt daran, dass ihr Spiegelverkehrt seht. Das heißt, die, die ich jetzt in der Hand habe, sieht für euch wahrscheinlich rechts guckend aus, ist aber die ist links guckend. Ich hoffe, ich konnte ihr weiterhelfen. Ja, das ist, äh, na. Ja, und du guckst recht. so ist das. Okay, ihr süßen Deko-Hasen. Dann sehen wir uns das nächste Mal am Mittwoch wieder um 19 Uhr. Ich freue mich, dass wir jetzt auch geswitcht sind von einer Runde zur nächsten Runde aus der Deko-Hasen-Gruppe live. Dann wieder auf die Startseite bei Style Your Home bei Facebook die euren Säulen Innenseite vom Teller schauen. Der guckt die andere aber auch, guck mal. Die gucken immer auf die Innenseite zum Teller, beide. Je nachdem, wo du sie stehen hast. Jetzt siehst du mal beide. Die gucken immer zur Innenseite des Tellers. Und das ist ja wichtig, weil die sollen ja eben die Deko anschauen. Also völlig richtig kombiniert. Die sollen die Deko anschauen auf dem Teller drauf. und deswegen gucken beide auch je nachdem ob du sie links oder rechts stehen hast. So. Besser kann ich es nicht beschreiben. So, liebe Monika, einen schönen tollen Sonntag wünsche ich dir auch. Gut zu wissen, Frigidäer. Guck mal, das ist doch klasse, dass wir da nochmal, ich packe mal die andere hier davor. Genau. Guck mal, den habt ihr hier nochmal weiter im Blick. Hier. Komm. Ach, das ist schon wieder toll hier, diese Deko-Insel. Ich finde es auch schön. Schön, dass es euch auch gefallen hat, meine Lieben. Komm, der Apfel, der fehlte mir noch. Siehst du, ich wusste mir fehlt was hier. Sehr, sehr fein. Braucht man auch ein schönes Abschlussbild, ne? Das ist ja ganz klar. Schönes Abschlussbild. Liebe Carola, schönen Sonntag wünsche dir auch und ich schöne Woche. Mein Problem gelöst. Super, Brigitte. Eigentlich ist es egal, sagte Kerstin, welche man bestellt. Man muss sie nur richtig dekorieren. Also genau, links oder rechts. Beide gucken auf den Teller. Aber schön, dass wir darüber nochmal gesprochen haben. Das war ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Vielen Dank nochmal, dass wir darüber reden konnten und durften. Das war bestimmt für viele auch nochmal sehr hilfreich. Und dafür machen wir das ja, unsere Deko-Sprechstunde. Dafür sind wir ja füreinander da und so soll das auch sein. Vielen Dank an Bodo übrigens an der Stelle für die Leihgabe seines Mikrofons und das Handy-Ständers, den er mir hier MacGyver-mäßig konstruiert hat und das schöne Herbstbild, was er uns eingestellt hat. Also, Lob auch an der Stelle an den Bodo. Darf man ja auch mal sagen. So, genau, liebe Angela, du sagst es ein. Schönen Sonntag wünsche ich euch. guckt gerne bei StalioHum.tv in die Herbstdekoration oder die Neuheiten. Da findet ihr im Prinzip auch jetzt hier die schönen Herbstsachen. Alles, was an Herbst kommt, ist jetzt da. Das heißt, es kommen auch keine neuen Sachen. Ihr könnt jetzt wirklich in Ruhe schauen. Guckt, was ihr euch schon geschnappt habt, was ihr kombinieren könnt. Ich habe extra auch so eingekauft, dass ihr das kombinieren könnt, damit ihr schon die richtigen Sachen zu Hause habt und was ihr dazu euch schön ergänzen könnt, damit ihr auch eine coole, moderne, trendige Herbstzeit habt. Euch erfreut an eurer Dekoration selber, aber natürlich auch gerne die tollen Blicke genießt von den Nachbarn beim Spazierengehen, die an ein Fenster vorbeischauen, von der Familie oder der Nachbarin, die zu Besuch kommt, mal zum Kaffee oder zum Essen oder einfach noch auf ein Bläuschen. Da freut man sich auch, oder? Wenn man da nochmal große Augen sieht und leuchten da aus. Ah, guck, den Abschluss mache ich noch, weil ich habe gerade gesehen, es gab einen kurzen Poek mit der Internetverbindung. Es fehlt nur noch der schnelle Internet. Richtig, genau. Das werde ich ihm jetzt mal nur sagen. Gut, meine Lieben, dann einen schönen Sonntag. Ich mache aber noch ein paar Fotos, wegen der schlechten Internetverbindung. Aber schön war es. Ich fand es schön. Tschüss. Tschüss.